ja hallo liebe freunde und heute mal wieder ein kleines microvolts let's play heute mal kein zombie modus und auch kein team deathmatch oder sonst irgendwas sondern heute machen wir den capture the battery modus und ihr seht auch das raum ist mega am durchdrehen warum auch immer nicht wegen uns und heute haben wir auch ein ganz besonderes video und genau wir haben nämlich ein gast dabei und dazu würde ich gerade mal gerne in cold pro bitten dass er sich mal kurz vorstellt ja hallo ricardo und habe ihre videos gesehen und bin halt auf euch aufmerksam geworden ja genau und ich würde sagen daniel du darfst wie immer starten oh man kommst nicht rein der iomnet ist in deinem team okay ricky du kannst dann auch demnächst zu uns rüber join irgendwann ich glaube ich hätte lieber neuen batterien machen sollen oder jetzt hab ich bin jetzt in eurem team alles klar und heute wie sieht es aus ich bin der base von dir gerade okay und was läuft bei euch gerade so also ich stehe einfach drumherum und campe so wie immer nicht schauen wir müssen mal die batterie holen ja schließlich dass hier kein team nicht aufmatchen und okay und dann ricardo wie läuft es bei dir gerade ja dann ich gehe batterie oder muss alle zwei dann ja batterie okay okay ich bin und ich bin und ich bin und ich bin auch hier so oh man oh shit hilfe oh shit schaffst du es ja ich habe es ok nice oder kommen jetzt welche hochgejumped zu unserem team in unserer base oh leg scheiss Ja okay, das kriegen wir noch hin Ah man, das ist echt ein harter Raum, vor allem die anderen Levels Gefällt, Scheiße. Ich hätte die Batterie so easy bekommen können, nee. Ich schieße einfach voll daneben Renden ist einer am Renden Alter, heute habe ich einen guten Tag, Engi Okay Alter Der Typ Oh shit Ähm, unser Kumpel IO braucht mega Hilfe unten im Tunnel, glaube ich. Ich helfe ihm einfach mal Okay Oh, ja Wow Nice Dann, ich gehe wieder, äh so, soll ich dir folgen? Ja, komm lieber einfach direkt zur Batterie, bitte Okay Einer ist unten, ein paar unten Okay Nee, kommt mir nicht so vor, dass er gerade sein Aim-Bot benutzt hat Okay Wir haben die Batterie auch wieder zurück Nein, nein Nein Ja Oh, Daniel, ich wollte dir gerade helfen Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Der guß mir Oh, ja Alter, wie das episch gerade auf dem Dach aussieht, alle unsere Teammates Um Hm Mh, okay Ja Okay Keine Ansicht, keine Ansicht Alcaramba, Alcaramba holt die Batterie Okay Ich weiss nicht Daniel, Daniel, Daniel Warte, Daniel Warte, Daniel Ich geh vor, ich geh vor Komm, 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 Daniel Jajaja Unsere Batterie ist auch weg, Schatz Ja, egal, egal, ich beschütze dich Ah, hier sollten wir jetzt vielleicht nicht stehen Ich hol die Batterie, Daniel Mhm Ähm Offen nicht Die wollen nicht kicken Oh, blablab Okay, Achtung, Speichern Ja, Mann, ich bin tot Ja, wir haben sie Wer wollte mich denn genau kicken? Hm, weiss ich nicht mehr Wow Das war ein übelster Sniper-Schuss Ah, oben, oben, oben Alter, das war ein übelster Sniper-Schuss In den Kopf Von dir Ja Oh nein Ah, der kämpft da Der kommt jetzt runter Ich pack mir den Ja, ich pack mir den Ich brauche jemanden an der Base von denen Hilfe, dringend Bin, bin drüben Oh, wie das aussah Der Vermieter hat dieses Kleider, was du von dem Wolf-Dings Ich hab's gesehen Okay, wir haben Batterie, wir haben Batterie Oder nicht Ich hol die Batterie Okay Oben ist alles frei Oh, scheiße Ich geh nach unten Hey, wir haben echt gute Runde heute, Daniel Hmm Wir haben sind für du, dein Zeug, das auch nicht geht Ja, ich verstehe auch nicht, was hier los ist Ich trippe jetzt echt jeden Treffer Ey, mit Das wäre auch total schlau, gell? Ja. Ich würde mir eigentlich selbst ein Messer ins Fleisch rammen. Okay, du bist aber einfach pro. Ja, komm. Mit meiner Hermes natürlich total pro. Ich muss noch nicht mal denken und kann einfach irgendwo hinschießen und mach Leute damit kaputt. Ja, das auch. Ich finde es total interessant, ich beobachte hier gerade die Leute, wie sie so in unserem Team spielen und der Ei Omnit macht immer dasselbe. Er stellt sich kurz ans Fenster, riffelt irgendwie ein bisschen rum, dann geht er wieder zurück. Geht nach oben aufs Dach, dann geht er wieder ans Fenster. Aber du hast auch ne Potato, oder? Ich hab auch nicht ne Potato, der Daniel hat ne Potato. Und direkt drop die Nance. Oh yeah. Oh, Batterie. Da wollen die schon wieder kicken. Dieser Famitsu will ich kicken. Oh, der ist wieder in der Team. Der mit der Batterie ist low. Nice. Der ist in deinem Team und will ich kicken. Ich weiß auch nicht was mit dem los ist. Vielleicht war das ja auch derjenige, der bei meinem Video mit dem AT Hammer und Hermes mit dem Kauf da mein Dislay gemacht hat. Wer weiß. Boah. Da war das ja já mal so. Ich kann keinen Cellar nachuedeln. Oh ja, judicialverlust aus dem Rasenberg ist so bei der muss ich eigentlich einmal verletzt werden. Ich weiß nicht, wie es ist die Eux ist. Hau mal kurz, da oben zu bleiben. Ich will alle Lass uns auch. Zero, Delta. Okay. No die. Oh shit, oh shit. Schon der zweite Die-Red-Shot. Ja, die. Ja. Oh man. Ich würde einfach sagen, wir gehen nachher so im Team. Okay. Sobald du wieder spawnst. Okay, eigentlich, wir sind momentan richtig gut am Gewinn. Ja. Okay, dahinten müssen. Wo gehen wir lang? Fenster? Lass mal den Ricardo suchen. Achso, ja. Ah, der ist tot. Wir warten auf den. Guck mal, da ist so ein Kommentar. Hi Alan, I didn't see you. Weißt du was? Ich habe gerade gedacht, dass Alan geschrien muss. Wie reicht hier? Wie siehst du am Fenster? Achso, okay, warte. Achtung, da ist jemand. Oh lol. Hä, wo? Wo ist der? Da dahin. Okay. Hier bin ich. Okay, wo gehen wir hin? Das ist da, oder? Nach oben? Wow. Okay, gehen wir nach oben. Oh, da ist jemand. Oh ja. Okay, er ist wieder weg. Oh shit, da kommt jemand. Okay, ich habe ihn. Oh lol. Oh shit. Hermeskampf. Alter. Ich wollte ihn schon wieder kicken. Diesmal ist es... Helfer shit. Den habe ich gerade mit der Hermes gekillt. Oh. Daniel, wo bist du? Äh, oben. Jetzt hier etwas. Ah, da. Alter. Hier ist Leiden, hier ist Leben, hier ist Leben. Oh shit. Ich will ihn nicht aufs Dach. Juhuuu. Alter, die wollen mich echt loswerden. Mhm. Ja, 0,26 zu 2. Alter, du bist erst 2 Mal gestorben. Echt? Ah ja. Scheiße. Ja, ich renne auf die ganze Zeit in unserer Base rum, holen wir Leben und so. Ich weiß nicht ganz inwiefern das hier jetzt... Ähm. Loot ist oder auch nicht. Ah man. Und die Schluckung? Nee. Ich habe gerade einen mit meinem Ding geschlagen. Huh? Gut, halt. Egal. Sicher. Geh da. Äh Daniel, wo bist denn du eigentlich? Mhm, in der blauen Ds. Wie hast denn du das geschafft? Hm, durch den Tor gegangen. Ich komme auch mal. Okay. Wir sind alle Batterie. Scheiße. Ich wollte die eigentlich nicht nehmen. Oh man. Hilfe. Aha. Lauf, lauf, lauf. Oh shit. Oh shit, oh shit. Komm, schass's hier. Okay. Oh, nice, nice, nice. Oh, da kommt jemand. Komm mal hoch. Ja, wo wir gerade, wo wir gerade hin sollten. Okay. Die Käpt'n. Die waren gerade oben. Okay. Alle sind low, die oben kommt. Ich hoff's. Ich renne da jetzt einfach raus. Lol. Ja. So viel zum Thema. Oh, Daniel, du wurdest ja auch von demselben geführtet. Hm. Ich bin auch immer gespannt, wie es dann aussieht mit den neuen Coupon-Waffen. Ja. Neue Coupon-Waffen? Ja, irgendwie soll's da jetzt neue Coupon-Waffen geben. Bald. Irgendwann. Wir sperdern die Coupons etwas zusammen erstmal. Ja, ich auch. Ich hab gehört, dass du sowieso welche Waffe für 200 Coupons geben. Was? Ja, ähm, die sollen, also halt, Paket mehr von Granatenwerfer und die Sniper. Halt mal. Ich denke mal, den Ultra-Bug-Waffen. Okay. Das wär echt kacke, dass wir das ganze Spiel zerschlagen. Ähm. Keine Ahnung, sollen wir uns irgendwie... Achso. Wartet der eine Typ auf... Alter, der holt mich... Der holt mich jetzt schon zum zweiten Mal. Der Raum, ich muss schon sagen, ist so auf die Level bezogen etwas unausgeglichen. Naja, wobei, ne, nicht ganz. Da ist ein Level 10er drin. Dann ist sie schon ausgeglichen. Alter, immer wenn ich spawne, dann seid ihr immer ganz vorne und wenn ich tot bin, dann seid ihr immer ganz hinten. Was? Wie viele Flaggen hast du eigentlich? Nochmal was? Wie viele Flaggen du hast? Wie viele... Wie viele Flaggen? Achso. Boah, keine Ahnung. Gar keine mehr, glaub ich. Was hast du die beholt? Naomi und Pandora. Full? Nee, nicht voll. Achso. Ich find diese... Diese Sniper K13 so richtig kacke geil. Aber benutzen sie denn? Ja, ich hab's jetzt für einen Tag und dann wollte ich sie einfach mal benutzen. Aber was mich halt an der Nerv ist der One-Shot. Echt? Ja, die macht One-Shot. Bei Full-Tanks habe ich sie bei Simon. Und die einen, ähm, Brotten-Einschuss. Und die Gabriel auch. Okay. Kommt, läuft. Wir haben noch eine Minute, um die fünfte Batterie zu... Zwei. Ja, ich bin schon vorne, ich bin schon vorne. Oh, toll. Ey, dieses Set von dem Farm Mitsu sieht schon gut aus, muss ich sagen. Mhm. Ich hab was als Fleisch. Ne, der ist ein anderes, ne? Ja, der hat was Neues da. Okay, wir haben noch eine Minute. Oh, Mann. Ist da einer am Campen? Mhm. Der Level 63er. Hinter der... Ne. Da Achtung. Jetzt hier. Nein, nein, nein. Jetzt gleich hier. Ja. Das war's dann auch wohl. Ja. Ja, aber trotzdem haben wir irgendwo nur dann... Ja. Ja. Okay. Wir sind jetzt gleich am Gewinn. Okay. 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 Nice game. Das war echt nicht schlecht. GG. Ja, und das war mal wieder ein schönes Spiel, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß noch immer nicht, warum ich gerade so gut war. Mhm. Vielleicht gerade so eine richtig gute Strähne. Jedenfalls wollte ich gerade nochmal so sagen, einfach mal so ein kleines Dankeschön. Oder, Daniel? Mhm. Für die ganzen neuen Abonnenten. Ja. Die jetzt dabei sind. Auch für ColdPro. Also, Ricky, dass du heute mal dabei warst. Und... Genau. Ich hoffe, dir hat's auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Okay. Das ist schön. Und Daniel hat's dir Spaß gemacht. Immer. Wie immer. Ja. Genau. Mir hat's keinen Spaß gemacht. Nicht. Nicht, nein. Nee. Auf jeden Fall ein großes Dank. Wir werden auf jeden Fall weitermachen, da wir die Motivation da haben. Und deswegen unterstützt uns auch weiterhin. Es ist schön zu sehen, dass unsere Videos nicht umsonst sind. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.